WordPress ist aufgrund seiner großen Benutzeranzahl ein beliebtes Ziel für Cyberkriminelle und Gauner, die versuchen, in deine Webseite dich einzuhacken und darüber Phishing, Spam und so weiter zu vertreiben. Deshalb ist es eine gute Idee, das WordPress zusätzlich abzusichern und ich setze nach wie vor auf das Plugin WP-Server, was ich dir in dem Video vorstelle. Das Plugin ist nicht über den normalen Weg zu bekommen, sondern du musst es von der Webseite WP-Server.com dann hier rechts oben auf Download herunterladen. Keine Angst, es gibt eine kostenlose Version. Hier ist auch die Anleitung, wie du das Ganze installieren kannst. Du lädst eine ZIP-Datei herunter, liest dann im Download-Ordner, gehst in das Backend, gehst auf Plugins und hier hast du die Möglichkeit, neues Plugin hinzuzufügen zu wählen, Plugin hochladen, Datei auswählen. Das ist ein alternativer Weg, der eigentlich immer geht. Gehst auf Download, WP-Server, öffnen, jetzt installieren. Kurz warten. Ja, dann kannst du das Plugin aktivieren und dann ist es aktiv. Dadurch, dass es jetzt nicht komplett eingebunden ist in den offiziellen Plugin-Store, müssen wir ein paar Einstellungen unbedingt machen. Es ist jetzt hier die automatische Akkredisierung aktiviert. Wir müssen hier aber bei Haupteinstellungen reingehen, etwas suchen, seitspezifische Einstellungen, eine neue Version von WP-Server automatisch installieren, wenn sie verfügbar ist. Das ist sinnvoll. Und erlauben Sie die Akkredisierung von WP-Server von seiner offiziellen Website. Das bitte auch überprüfen, ob das gesetzt ist. Das muss auch gesetzt sein, damit das dann funktioniert. Schauen wir uns doch mal zusammen ein paar der wichtigsten Einstellungen an. Hier geht es dann nicht auf alles ein. Es gibt auch eine relativ gute Doku hier, auch mit einer entsprechenden Suchfunktion auf der Website. Da würde ich mal danach schauen. Und normalerweise findet man da dann auch die Lösung, wenn da irgendwas unklar ist. Ich habe hier die Security Engine Laden auf Legacy gelassen. Man kann ihn auch hier auf Standardmodus lassen. Hier ist manchmal auch noch ein Übersetzungsproblem. Ja, da kommt auf einmal Italienisch. Aber im Grunde und Ganzen ist es recht gut auf Deutsch übersetzt. Anmeldeversuche limitieren. Wir haben also fünf Neuversuche innerhalb von 30 Minuten. Das heißt, ein Rechner kann sich fünfmal innerhalb von 30 Minuten falsch anmelden. Danach ist er erstmal gesperrt. Das habe ich bei meinen Hauptinstallationen, die auf einer normalen Domain sogar laufen, sogar verschärft. Meistens nehme ich da 3060 480. Dann darf ich mich allerdings nicht mehr selber falsch einloggen, denn sonst habe ich mich ausgesperrt. Ich kann zwar immer noch, wenn ich über FTP Zugriff habe auf das Web-Posting oder im Dateimanager, im Plugin-Ordner das Plugin umbenennen. Aber das ist eigentlich Thema für ein anderes Video. Dann kann ich es für mich nochmal temporär deaktivieren. Aber das ist jetzt nicht so ideal. Ich verwende halt einen Passwort-Manager und logge mich normalerweise nicht falsch ein. Ihr könnt es ja auch ein bisschen höher erstmal setzen. Ihr bekommt auch immer Nachrichten an eure hinterlegte E-Mail-Adresse. So, dann geht es hier, die aggressive Versuche entschärfen, erhöhe die Sperrdauer um 24 Stunden nach zwei Aussperren in den letzten vier Stunden. Das Problem ist ja, im Internet sind dann irgendwelche verseuchten Rechner, die versuchen, über Passwort, über Passwortlisten, über Wörterbücher dein Passwort zu erraten. Das sind verschiedene Rechner, die alle verschiedene IPs haben, um Herkunft zu verschleiern von dieser Attacke. Wenn eine der IPs in den letzten vier Stunden eben zum zweiten Mal da auffällig wird, dann bleibt die 24 Stunden draußen. Das funktioniert recht gut. Hier unten habe ich normalerweise nichts aktiviert. Das haben wir gesagt, dass wir hier die von der offiziellen Webseite unterladen müssen. Den Zitadellen-Modus hier, den habe ich normalerweise auch nicht angepasst. Da schaue ich mal gerade noch, was ich meinen normalen Listen angepasst habe. Die Protokolle habe ich jetzt ein bisschen kürzer drin. Das, weil die brauchen Speicher, aber das könnt ihr selber entscheiden. Also ich will bisher aber das Admin-Menü beim Namen gehen und ich will bisher die Admin-Seite nach oben verschieben. Das habe ich bei mir auch draußen, aber das ist einfach, dass es hier weiter oben erscheint. Das kann man ruhig lassen. Dann natürlich die Änderungen auch immer speichern. Benachrichtigungen sind noch zu beachten. Hier kann ich noch andere E-Mails eingeben, E-Mail-Adressen, die die Warnhinweise gesendet werden sollen. Normalerweise wird immer die hinterlegte E-Mail-Adresse bei mir jetzt Lars-Enschlager.ch hinterlegt. Und jetzt haben wir hier zwölf Benachrichtigungen sind pro Stunde erlaubt. Das ist unter Umständen eine weise Attacke, wenn die Seite mal eine gewisse Bekanntheit hat oder eine Weile online ist einfach nur. Die muss gar nicht so bekannt sein. Da habe ich nur eine Benachrichtigungsstunde gemacht, weil sonst zum Teil mega viele Mails kommen. Und Benachrichtigungen über die Sperren, wenn die Anzahl der aktiven Sperren über drei ist, kann man runtersetzen. Ich habe drei gesetzt, fünf reicht eigentlich auch. Neue Version von Web-Server ist verfügbar. Ja, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Seht nach, Benachrichtigungen über eine neue Version als Plugins verfügbar ist. Das sind andere Plugins. Ob man das machen will, je nachdem, man bekommt halt unter Umständen relativ viele Mails. Wenn man die automatische Aktualisierung drin hat, ist es eigentlich nicht nötig. So, jetzt müssen wir kurz schauen, was wir hier noch machen müssen. Ihr könnt noch eine Zusammenfassung schicken. Was dann auch noch wichtig ist, ist das Thema Anti-Spam. Also hier die Änderung speichern. Und wenn wir jetzt hier auf Web-Server sind, auf Anti-Spam gehen. Denn wir bekommen ja einen Haufen Spam. Web-Server ist beliebt bei Spammer und die versuchen gerne über die Kontaktformulare Spam zu hinterlassen. Und hier würde ich das Registrierungsformular schützen. Ich würde das Kommentarformular schützen. Und ja, ich habe hier zum Teil schon ein abgesichertes und weniger restriktive Richtlinien verwenden gemacht. Hier müsst ihr probieren, wenn etwas nicht funktioniert, immer daran denken, wenn man so ein Security-Plugin installiert hat, da mal reinzugehen, mal gucken, ob da irgendwas auftaucht. Ich habe das bei mir so aktiv. Und wenn ein Spam-Komputer erkannt wird, habe ich da als Spam markieren, um das kontrollieren zu können. Und das war es eigentlich schon. Das funktioniert eigentlich recht gut bei mir. Ich habe dann stattdessen nochmal diese standardmäßigen Akis mit Anti-Spam und wie sie heißen raus und habe nur das WP-Server aktiv. Für mich ist der WP-Server ein unverzichtbares Plugin geworden, was ich auf allen WordPress-Seiten verwende. Was man machen muss, es kann auch mal Dinge stören, die gewünscht sind. Wenn irgendwas nicht funktioniert, sollte der erste Klick sein, hier aufs Dashboard zu gehen. Und dann schaut man, ob immer dann, wenn man was probiert, was nicht geht, hier ein Eintrag ist. Wenn das der Fall ist, dann hilft nur Googlen und das entsprechend so konfigurieren, dass das funktioniert. Schau dir doch auch dieses interessante WordPress-Video an. Wir sehen uns gleich dort, hoffe ich doch. Und ich freue mich natürlich über Likes, Kommentare und Abos. Mach's gut, bleib gesund. Bis gleich. Ciao. Bis gleich.